Hey und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus ist ja vor einigen Tagen auf den Markt gekommen. In diesem Video möchten wir, das sind einmal Jonas vom Kanal Techniklike und ich, euch sagen, was uns so gut am neuen iPhone gefällt. Wir haben auch noch ein weiteres Video gemacht und zwar, was uns nicht so gut am neuen iPhone gefällt. Das findet ihr natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut euch das auf jeden Fall auch nochmal an. Aber jetzt geht's los. Apple hat zwar kein komplett neues Design mit dem iPhone 7 gebracht, aber immerhin haben sie die Antennenstreifen etwas überarbeitet. Diese gehen nun nur noch über die Kanten, wodurch sie nicht mehr so doll auffallen. Und bei den neuen Farben fallen diese ohnehin nicht mehr auf, weil diese einfach viel besser angepasst sind. Zum einen das Matsch-Schwarz, welches ich jetzt hier habe, das ist viel dunkler als das alte Space Grey und sieht meiner Meinung nach auch etwas edler aus. Und dann gibt es auch noch das Diamantschwarz und das sieht verdammt, verdammt edel aus, weil es einfach so hochglanzig ist und man sieht keinen Unterschied zwischen dem Glas und der Rückseite. Also es sieht einfach nur edel aus und das gefällt mir schon ziemlich gut. Was wirklich ein richtig cooler Punkt ist und zwar ist das iPhone jetzt wasser- und staubfest. Das finde ich wirklich ein richtig, richtig klasse Feature. Denn das Ganze ist jetzt IP67 zertifiziert und das bedeutet, man kann das iPhone jetzt 30 Minuten bei einem Meter Wassertiefe sozusagen benutzen. Oder halt, das hält es aus. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn man es mal irgendwie am Urlaub am Strand ist, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Pluspunkt. Ziemlich gut gefallen haben mir auch die neuen Kameras. Zum einen die neue 12 Megapixel Hauptkamera. Diese hat nun einen überarbeiteten Sensor, soll die Farben noch besser aufnehmen, noch originalgetreuer und, und, und. Aber sie hat auch eine größere Blendenöffnung und zwar dieses Mal von f1.8, wodurch bei schlechten Lichtverhältnissen das Bild nicht so verrauscht ist und man noch mehr erkennen kann und mehr Details hat. Aber man hat auch bei guten Lichtverhältnissen und so eine höhere Tiefenunschärfe, was einfach viel professioneller aussieht und nicht mehr so nach Handyfoto aussieht. Und das finde ich immer gut. Außerdem wurde die Frontkamera auch überarbeitet. Diese ist nun auch lichtstärker, hat auch eine größere Blendenöffnung und sie hat nun 7 Megapixel, wodurch die Selfies einfach besser aussehen. Was ich ja bei den iPhones auch mal ganz cool finde und zwar ist das die Taptic Engine. Denn wenn man das mal mit dem Note 7 vergleicht, wenn das irgendwie auf dem Tisch liegt und man bekommt eine Nachricht, dann hört man die Vibration wirklich richtig, richtig krass. Das ist beim iPhone halt nicht so durch die Taptic Engine, das Vibrationsfeedback ist da wirklich sehr, sehr angenehm. Und das hat sich nämlich auch hier neu verändert beim Homebutton. Dieser lässt sich nämlich jetzt nicht mehr reindrücken, wie es bei den vorherigen Modellen war, denn man hat hier jetzt durch die Taptic Engine einfach ein Vibrationsfeedback. Das ist so in etwa, wenn man 3D-Touch beim iPhone 6s benutzt hat, so ist das Ganze jetzt auch beim neuen iPhone 7 Homebutton. Ich finde es auf jeden Fall ein echt cooles Feature, man muss sich zwar so ein bisschen am Anfang dran gewöhnen, aber dann geht es auf jeden Fall klar. Auch schön sind die neuen Displays. Zwar hat sich an der Auflösung nichts getan, aber die Bildqualität selber ist einfach deutlich schöner geworden. Zum einen die Blickwinkel sind natürlich, wie man es von Apple kennt, wieder sehr gut. Und dann die Farben, Kontraste und so weiter. Die wurden einfach ein bisschen verbessert und das Panel wirkt schon etwas schöner, was natürlich immer gut ist. Das war es dann auch schon wieder von unserem Video, was wir am iPhone 7 lieben. Und zwar, wenn ihr das andere Video, was wir am iPhone 7 hassen, nicht verpassen möchtet, einfach unten in die Videobeschreibung gucken, da findet ihr das Video. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder abonniert mich, um keine weiteren Video zu verpassen. Schreibt gerne eure Meinung, Anregungen zum iPhone 7 unten in die Kommentare. Wird uns auf jeden Fall interessieren. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao.